Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Lelle, willst du dich nicht 5 Stunden Autos 7 Stunden nach 1 Mal mal ein Fahrrad oder schiebt von knappen Reisen wieder Es kann auch sein, dass wir von 1.5 mal in die Stromflug gekommen zusammen mit Wackern 2 bis 3 m Höher steigt wie normal Oh, was hab ich Ihnen gesagt? Schauen Sie jetzt hier auf der rechten Seite bei Ihren Lagerholz an Wir haben hier zugemauern, verbarrikadieren oder mit Stahlturm verloren Verlinken Sie uns und das für mich alle über will ich hier meine Stromflug kommen Wir kommen jetzt noch in den Bereich rein, der ursprünglich mal von Widerländisches Kaufleuten gegründet und nennt sich Sankt Annen Wir haben dann auch den Schnipppunkt holländisch Bruchfleet, Bandrahmfleet Und wenn wir mal durch Souvenierschopfen, Andenkläden rennen und suchen mal Motive in der Speicherstand Das ist eigentlich so das meist abgelichtete ist Wie gesagt, wir fahren hier erst rein und wenn wir sehen, das werden wir dann hier über das Stolbord gehen auf einmal reden Das ist das typische Oskars Motiv Ja 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 Wir sind bei der Schraubung der Kiste. Er hat sich im Hintergrund, der auch in der Kiste hat. Wir sind in der Flüge. Das ist die Schraubung und in der Flüge. Wir sind in der Flüge. Das kann man sich dann vorstellen, ne? Ne? So, dann schauen sie jetzt hier Entschuldigung, mal rein auf der Steuerbautseide in Kautnappen Das ist richtig schön Ich würde mich einfach ganz schönالlang haben. Ich würde mich so an die M hecho nur auf dem Weg. Ich will dich aber lange auf dem Weg. Doch, du bist blieb, ich bin lang auf dem Weg. Ich bin lang auf dem Weg. Die Rufe funktioniert noch, oder? Ja! Guck mal, wo das Wasser alle war. Claudia Glitscher. Das ist das Boot. Was gestern Abend nicht die ganzen Serien fuhr, oder? Guck mal, wie viele Steine da schon abgekummelt sind. Das ist dann aber nicht mehr ganz so profil. Ja, und dann fahren wir jetzt hier... So ein schön wie das Haus ist, aber halt so einen schönen Geraden. Wie geht das? Tolle, wo eine metallschmale Durchfahrt kommt geradeaus durch, zum Kreisspeicherweg. Das ist der älteste Speicher am Abend. In diesem Ort wird geschwarze T-Sort gelagert. Damit ist Schluss. Erst auf das Saniertwort, auch dort befindet sich jetzt das Internationale Maritime Museum von den Peter Tampen. Dieses Museum, wer sich für Schifffahr interessiert, ist dort bestens aufgehoben. Nimmt sich gleich viel Zeit mit. In den nächsten Stunden kommen sie dann nicht raus. Das geht über neun Etagen mit ganz vielen Original-Exponaten. Nach allen Epochen der Schifffahrtsgeschichte und über 15.000 Schiffenstelle. Ja, wo wir schon Original-Exponaten sind. Ähm, geradeaus. Durch die Weihung, die Wolken, den hier Speicher, ein und zwei Mann, aus dem zweiten Weg. Trinkt den Wolken, ich habe jetzt nicht wie gesagt, auf dem Original-Exponaten. Übrigens gleich hier links und rechts durch. Schüttentur, Bürogeburde, können Sie jederzeit noch anbieten. Stehen alle leer. HafenCity 2000. Wir haben die wunderschönen Wilhelminische Speicher gesehen. Und jetzt haben wir uns hier dicht mit Glas, Stahl und Beton. Das hat überhaupt keinen Charme mehr. Für sowas kriegen Architektenpreise von mir zu Doppelknast bekommen. Wo ist der Geschmack? Das stimmt aber auch. Aber das Museum ist wirklich toll. Hier links. Das Museum. Klasse, ne? Tja, da kommen wir jetzt zum Hinrichtungsplatz des Klaus Dördebergers. Rechts voraus, oben an Land, sehen wir gleich eine Bronzestatue. Diese Bronzestatue ist 2,04 Meter groß und sie soll wie eben schon angesprochen den berückten Seeräuber Klaus Dördeberger darstellen. Hier wurde ja im Jahr 1401 auf Helgoland eine Falle gestellt. Dann zusammen mit St. Kumpel den König Herr Michael. Die beiden führten damals die Vitalienbrüder an und das war so eine Piratenkumpanei die die Hanse und viele viele Schätze gelassen hat. Die Dördeberg in der Döswaddel ist so froh. Die sind jetzt in der Falle und der Beinkeitsgeberfläche auf den Orkansbruch und die Klaus hier oben rechts auf den Punkt genau mit 70 seiner Spießgesellen geköpft. Die 103 Tage später hätte er dann an den Folgen gestorben. Auch ein Lügner. Ich bin ein bisschen wir halten aus, das was ich natürlich gerne das Dach auf. Ich glaube das ist nur die eine Wolke hier. Wir holen natürlich nachher noch alle gigantene Meere ganz hinten dran. Es wäre natürlich schön, dass wir das Dach offen lassen können. Warte Bescheid, wenn sie doch mal ein bisschen erstört. Das ist natürlich zu. So, wir werden jetzt den historischen Teil des Hamburger Asens zu lassen. Kommen wir draußen aus der Nordelbe. In Hamburg besitzen zwei Elben. Haben wir die Nordelbe und die Südeelbe. Wobei die Südeelbe vom Köbrach unterteilt wird. Aus der Nordelbe, meine Damen und Herren, das Schiff schaukelt hin und her. Aber aus dem Grunde dann auch gleich mal zu dem Baulicht gegeben hat er so vertornbar kann. Wir sehen vorderlinks die kleine Tür und setzen unsere Toilette. So ist es zwar nämlich auch. So ist das wie gesagt eine Bedürfnisse so spüren, dort wird sie es natürlich entrichten. Die Herren möchte ich allerdings bitten, die nicht ganz weit rein hängen zu lassen. Ich habe sie noch mal in die Schraube bekommen. So. Jetzt wird der Hinten auch gerade aufgemacht. Good job.